Hey! Kommt denn hier her auf einmal? Furt vor uns das auch nicht. Ah, das Spiel ist langweilig und alles so. Ja, wie haben die mich denn vor uns gesehen, hm? Kommt der auf einmal her? Hört ihr den Namen? Na komm, wann geht das? Ich töte... Ich sterbe nicht viel schneller. Guck mal, den müsste man doch sehen. Wenn er klug ist, fürchtet er die Götzen. Hä, wann geht die denn alle hoch? Die von uns sind doch gerade eben auch nicht hochgegangen. Das ist meine Chance, mich zu bewähren. Das ist meine Chance, mich zu bewähren. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Das ist meine Chance, mich zu verwenden. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe mich konzentrieren. Kommt mir gar nicht lang, ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Das muss ich schon nach unten. Hä? Was ist das? Also, da ist halt her und dann ist er plötzlich bei mir. Ach, das Spiel nervt. Zu ätzend zum Teil. Ich muss doch da unten wahrscheinlich. Ich komm da nicht. Wenn er klug ist, fürchtet er die Götzen. Hä? Hey, war da gerade jemand? Hey! Halt, Ungläubiger! Ich kann mich gar nicht sehen. Ach, das nervt. Komm, töte doch mich mal. Komm, töte mich. Komm. Kann ja nichts machen. Kann nicht mal weglaufen. Ja, komm. Gibt's ja irgendwo so einen Rekordtöd oder sowas. Hm. So. Wer der klug ist, fürchtet er die Götzen. Guck mal doch mal. Guck mal doch mal. Die laufen ja eigentlich hier so komisch rum. In der Ecke ist ja nichts. Hier kommt man nicht rum. Warum? Wegen diesen verdammten... Ich darf keinen Schatten nachjagen. Äh. Was? Halt! Können mich nicht mehr sehen. Ich komm aber irgendwo hoch oder runter. Guck mal, wie können die mich denn sehen? Ach, das ist doch nervig hier. Ich muss erstmal gucken, wo es überhaupt so richtig ist hier. Aber man muss hier unten hin, anscheinend. Gibt's ja nicht mal sowas zum verstecken hier. Vielleicht da vorne, aber naja. Wir sollen die echt unten lang. Aber unten lang ist total bescheuert. Und... Kostet mich alles eh... Welch Zeit. Ich will nicht hier 10 Stunden verbringen, nur... Pass auf, wenn du die Dämmerung erleben willst. Oh, mir platzt der Schäde. Ich muss mich konzentrieren. So, hier ist aber auch über Licht. Wenn er klug ist, fürchtet er die Götzen. Hm. Hm. Zack. Was sind die da? Also ich bar schon mal, ne? Weil... Ich versuche eigentlich echt den günstigsten Weg so schnell, wie man hier fertig wird. Weil... Sonst braucht man echt ja her. So, wenn ich... Hey! Da drüben! Hat sich da was bewegt? Äh... Ich wende dich! Verlass dich drauf! Moment. F1 war das, ne? Mit diesen Dokumenten. Ähm... Kapitel 6. Bestätigter Flügel. Bewahrung der Nordquest... Äh... North... Quest. Verhält... Vermächtung ist er. In der Gesamtbesuch bei der Entfernung. Mithilfen. Aha. Wir müssen... Leider müssen wir den... Der Ressort... Aber wahrscheinlich nur hin, da die neue Konversion verloren gegangen ist. Alien and Wales beträgt die Enterecke da zum Menükammer und keine Fragen. Und keine Frage. Gib doch mal weg da links. Komm. Mist. Hier ist er nicht. Hm. Da ist Feuer. Also immer an. Zwing mich nicht, dich zu suchen! Hm. Ich weiß, dass du da bist. Kein Ungläubiger zu sehen. Bleib standhaft, Bruder. Was ist denn hier eigentlich? Daraufhin wir ja durchgehen. Wohin Hansgabe schützt mich. Da ist... Hä? Hä? Wir sind überall! Du entkommst uns nicht! Garen! Ich rutsche ab! Horrorsachen wieder mal! Die sollte nie zum Ort des Verbrechens zurückkehren. Ja, Innung, sag mal was du sagst. Aber der hier verfolgt mich. Irgendwo hier drin geht es hinunter zum Laboratorium. Das wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Ne? Oh! Ist überall hell, äh, dunkel, ne? Hä? So... Müssen ich eigentlich hin? Oh! Äh... Oh! Oh! Okay... Das ist keiner, ne? Hm... Hm... Starte irgendwie... Das ist aber wunderbar, zufällig ist es gefunden jetzt, ne? Oh! Wie das ganze Licht angeht, wenn wir mal... Gucken, stattliegen wir mal hier durch Dings... Flachmann... Jo... Du, 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 du... Ein schöner Weg... Gucken wir eigentlich... Ach so! Ich bin grenzelt noch mal gelaufen! Äh... 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 Goldstückchen... Und... Mehr nicht... Das... Was? Und... Das... Und... Das... Und das... Ach... Seilfeil... Aha... Büchlein... Löwen der Industrie... So... Ach... Haben wir schon auf... Äh... Wird Löwen schon seit Jahrhunderten... Naja... Stärke... Äh... Symbolisiert Stand, Stärke und Führungsanspruch unserer Blutlinie... Dank der Vorsicht... Weine Sohn... Verkennt, dass mir das... Hysterische Tier und neue Bedeutungen... Naja... Angeulich... Hm... Das ist das Ursteinfragment... Aber was ist das für eine Vorrichtung? Egal... Ich muss das gute Stück da irgendwie rauskriegen... Hm... Nöste Moment... Das haben wir noch... Guck erstmal mal hier durch diesen... Blick... Da ist eine... Falle... Die hier irgendwie durchläuft... Und mal wenn ich das... Wenn ich diesen Hebel betätige... Dann... Passiert... Z... Obachten... Achso... Das ist ein Sprung im Glas... Aber das Glas ist... Vor allem komme ich hier nicht weiter...